Das interkulturelle Festival Eigenarten beginnt heute Abend. Noch bis zum 5. November präsentieren Künstler aus aller Welt ihr Können. Unser Kulturtipp. Seit 18 Jahren bringt das Festival bereits Kunstschaffende und Kulturliebhaber zusammen. Gezeigt werden zeitgenössische Produktionen aus den Sparten Theater, Tanz, Kunst, Film und Musik. Wie hier bei der Generalprobe von Yesterday Never Dies arbeiten bei jeder Produktion mindestens zwei verschiedene Kulturen miteinander. Das Stück ist morgen und übermorgen um 20 Uhr im Haus 3 zu sehen. Es ist eine von insgesamt 40 Veranstaltungen des diesjährigen Festivals. Vielen Dank, Christina.